Die reguläre Kampfzeit beträgt fünf Minuten. Der Kampf kann eben auch vorher beendet werden mit einem E-Pong oder eben zwei Waziaris, was einem E-Pong entspricht. Ja, jetzt ist der Kämpfer von PSV Schwerin in eine Festhalte geraten, in eine Käse-Kartame. Er liegt da auch relativ sicher drin, aber kämpferische Einstellung stimmt. Über 25 Sekunden sind eben auch nicht allzu viel Zeit. Somit gewinnt diesen Kampf der Potsdamer Kämpfer mit Käse-Kartame der Wertung E-Pong. So, jetzt haben wir einen Mannschaftsstand von 1 zu 1. So, in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm steht bei den Schwerinern der Sportfreund Torben Kramer gegen den Sportfreund Schmidt aus Potsdam. Der Torben Kramer, letztes Jahr Dritter bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend. Dieses Jahr das erste Mal im Männerbereich. Das ist überhaupt sein erster Regionalligakampf, den er macht. Der Angriff mit Tomunage. Aber mit Tomunage gibt der Angreifer sein Gleichgewicht auf und versucht den Gegner mit dem Fuß über sich rüber zu ziehen. Das ist überhaupt nicht so gut. Das war's. 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 Das war's.